Ist der Werkzeugname bekannt in der Actionbar oder generell kann man auch hier eine Werkzeugsuche nutzen. Dafür muss man hier rechts drüben die Suchfunktion aufrufen. Dann gibt es ein Menü mit gewissen Möglichkeiten, wie man da sucht. Aber letzten Endes geht es um den Werkzeugnamen, dass man in einer Richtung sucht. Mein Lieblingswerkzeug, wenn ich sowas demonstriere, ist der gute alte Rolladenkasten. Der sucht nämlich die Werkzeuge durch nach dem Rollensbestandteil weitersuchen. Was passiert dann? Je nach bisschen Glück und von wo man gerade loslegt, findet das Ding gleich. Hier blättert also die Werkzeugleiste auf und zeigt uns auch den Rolladenkasten hier unten. Wenn man mal ein weitersucht, kann es natürlich auch passieren, dass er andere Werkzeuge mit dem Namensbestandteil findet, wie die Kollisionskontrolle. Hinten steht da auch Roll irgendwie im Mod drinnen. Weitersuchen und der blättert halt dann das durch und blättert halt dann durch die jeweiligen ganzen Aufgabenstellungen durch, wo man das Ding findet. Wenn man jetzt leider so wie ich ungünstig daneben klickt, naja, dann hat man das Werkzeug aktiviert. Ich gehe noch mal auf den Rohbau zurück, gehe hier noch mal rein, suche noch mal nach Roll. Ich will einfach demonstrieren, dass man neben dem, dass hier das Flyout aufgeblättert worden ist, auch hier den Rolladenkasten anklicken kann, damit aus der Suche letzten Endes das Werkzeug aktiviert wird. Wo sind die Menüs? Na ja, beim Rolladenkasten erkenne ich das hier unten, dass das aktiviert worden ist. In der Dialogzeile steht es drin. Jetzt fragt er gerade, auf welche Öffnung er den Rolladenkasten einbauen soll. Wenn ich den einen bauen wollen würde. Aber an dieser Stelle breche ich es ab. Es war ja noch eine kleine Demonstration, wie die Suche eben funktioniert.